Also ich habe eine Stellenanzeige im Internet gesehen und ich würde mal sagen die Firma ist recht bekannt hier im Umkreis und mir gefällt einfach das Produkt und deswegen habe ich mich dazu entschieden mich zu bewerben. Die Firma Caseboro ist dadurch bekannt geworden durch die Pistenraupen, also durch den Pistenbully. Unser neustes Modell ist der Pistenbully 800. Zum Beispiel tun wir auch Strandreiniger herstellen, das nennt sich dann Beach Tech oder auch große Geländefahrzeuge, die nennen sich dann Power Bulli. Wenn man dann hier die ersten Wochen arbeitet, automatisches Hochregalen, automatisches Kleinteillager, war alles auf einmal so ein Wow-Effekt. Durch die Automatisierung haben die Mitarbeiter natürlich die Möglichkeit viel angenehmer zu bearbeiten. Die Ware wird über das System angestoßen. Der Lagerist kann viel mehr für die Kunden oder für die Produktion bearbeiten. Es hat man in der Corona-Zeit gesehen, dass der Beruf immens wichtig ist. Selbst vom einfachen Lageristen bis zum Denker. Man sieht, dass man mit einer einfachen Lehre am Anfang hinterher sehr viel erreichen kann und die Logistik bleibt und wird in Zukunft einer der wichtigsten Berufe in Deutschland.